Hallo und herzlich willkommen bei unserem Aktivprogramm für Erwachsene am Gitz. Wir fangen an mit Gymnastik, dann geht es zum Aquafit ins Freibad, anschließend zum Naturkneipen in den Wildbach und nach der Mittagspause geht es zur kleinen Kräuterkunde in den Bio-Schaugarten. Später erwartet sie eine Weinprobe auf dem Bauernmarkt und am Nachmittag unternehmen wir gemeinsam eine kleine Wanderung zur Kapelle, wo uns ein toller Blick auf den Bodensee erwartet. Später erwartet sie eine Weinprobe auf dem Bauernmarkt und die Flötenkneipen auf dem Bauernmarkt und die Flötenkneipen auf dem Bauernmarkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020